Die Partie bestach auch in der zweiten Hälfte dicht durch allzu viele Torraums so hin. Hier ist es Marcel Großkreuz, der von seinem Mitspieler abgedrängt wird durch den Notausgang. Und wer kommt herein? Nicht der Weihnachtsmann, nicht der Nikolaus, auch nicht der Osterhase. Irgendein aufgebrachter Passant, der Marcel Großkreuz an die Wäsche will, der irgendwelche Drohgebärden aussprach und mit vereinten Kräften, Ordner und Betreuer des VfL Kemminghausen schaffte man es, den Menschen aus der Halle zu befördern.